herzlich willkommen zum nächsten video vom chipmunks99 heute mal ein bisschen anders heute eher mit ja wie soll ich sagen ja mit einer sprachkombination mit keinem video sondern mal ein infobogen heute mal in schwarz und dabei werde ich ein bisschen erzählen über bastita und der eventgames gmbh und dem neuen großen event von bastita also ich kann jetzt mal den werbesatz sagen die eventgames gmbh ist jetzt auch bei facebook liken nicht vergessen würde ich mal machen auf facebook diesen satz eingeben und also noch mal sage ich jetzt die eventgames gmbh ist die eventgames gmbh jetzt auch bei facebook minus liken nicht vergessen und gibt einfach die eventgames also eventgames habbo ein und dann solltet ihr schon es finden und dann kommt da so eine seite die ein bisschen drei likes wahrscheinlich hat und die müsst ihr dann mal draufklicken und vielleicht auch mal liken wäre schön und das große event was geplant ist vom bastita ist die habbo wm 2014 bei bastita am 12 juni natürlich wenn die wm beginnt macht er auch seine wm wäre geil wenn ihr dabei sein würdet oder ihm per pn im habbo hotel zum beispiel und schreibt also der bastita wird das dann alles leiten und natürlich werden wir seine mitarbeiter werden natürlich ihm helfen dabei und natürlich auch vielleicht die möbel dazugeben und ja ja das war es eigentlich schon also die habbo wm besteht aus glaube ich 32 teams und je team zwei spiele und dann wird gespielt bis ein sieger kommt und trofee soll dann der wm pokal sein und ein tatler wahrscheinlich wo das ist aufgeteilt und das war eigentlich die information die ich heute weitergeben sollte und wollte und das video werdet ihr dann jetzt gleich zu sehen bekommen dann noch einen schönen montagabend 12 august 2013 dann sehen wir bis zum nächstenicon іс mich mich ich